da bin ich wieder und gesagt ein luna game denn dann alle beikommen aber gerade nicht okay ok dann warten wir doch noch mal die nächste runde ab movement speed das ist immer so mittlere geschwindigkeit vielleicht keine ahnung oft rate ich da richtig ich weiß noch nicht warum so kriegt man 113 punkte der war relativ am anfang relativ schnell aber schneller geht auf jeden fall endlich zum beispiel meine ich okay wir haben das nächste von und was richtig keine ahnung werden wir nie erfahren was ich so gleich noch mal und dann kommt es war nicht richtig aber hey so luna da wäre sowas wie pa schlecht irgendwas so hardcore damage dealer mal sehen luna Ahhhh. Ten seconds to pick. Five seconds, hurry, hurry! Okay. Okay. Ich meine, wenn man sich genau überlegt, ist es nicht viel, aber... ...und anfangen. Your turn to pick. Hm. Select a hero, please. Okay. Okay. Gut, dass ich nicht mehr brauche. Luna und Draw, wenn wir zusammenstehen. Das tut weh. Aber hey, was soll's. Ich spiel mal schön auf dumm. Select a hero, please. Line mit Hex und Stunt. Schön. Ein Counter zu mir. Und jetzt ist... No Hex. No. Your turn. Great. Safeline X. Brilliant. Piece of shit. I picked it first. Look at your fucking map. Oh, look on the heroes. Was ist... Tank, Tank, High Damage. Disable, High Damage. Schön. Und was willst du jetzt machen? Alter. Ja. 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 Wir fahren. Oh, goody. I'm so terribly excited. Stalking. Augie. Ich kann dazu wissen, was ich angeht. Jetzt wird das in meinem Nachrichten. Toll... Mog ihnen... Egal... 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 was willst du da vor allem ex beruht doch darauf dass du den häufig angreifst das du willst gegen 2 high damage heroes, 2 heavy tanks und 1 hard disable begin the murder fest I'll take that absolutely let's go my god, aaaach shit fuck off ich hoffe ich krieg da gut was gerissen oh schön oh kriegen wir den damage raus fuck ansiets illuminating who dares the moon waxes and my mercy wanes for dark moon for salomene ups da ist ein storm parat das sollte ich nicht machen red moon red moon who dares fuck 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 man bring them winter crystal maiden and blood spills first blood for salomene and the dark moon the night sees all the night sees all the night sees all bad not absolutely you won't escape for the cause die geht mir auf den sack das glaub ich langsam nicht ey nein ich will die handschuhe zuerst we ride we ride good plan da geht let's go yes stark ja genau du pushst mal und ich versuche mal ein last hits zu bekommen und jetzt bin ich das halt haben wir eigentlich kein Wort gut plan ja into battle quickly now yes what do you see the sky a light on the ground piercing light jetzt hätte ich den nehmen lassen mein Fehler ok sie denkt dran, das ist cool ich bin zu nah dran wenn ich angreife ok ok so mask of madness man ernst jetzt ok oh sie hat gepullt ok double kill run them down follow the knife attack with pleasure dang it man attack your middle tower is being torn to pieces I'm done being merciful death approaches slice okay okay fear the moon ah yes let's go another death another death on the hunt on the hunt quickly now watch them run ha ha heads up let's go shit okay okay make a knife make a knife to know angel fire the knife come shine man oh oh the bottom tower is on good plan yes taste my steel not good oh oh ich fürchte dich schlecht ja 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 nee kann ich nicht ach scheiße man da hat unsere wave gefehlt oh shit 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 fuck ultimate Ich hoffe, ich hätte für den Denial gehen sollen. Tower. Ich habe doch lange meine Ulti nicht. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Check the Runes. Das ist auch okay. Hat er mich dann? Lang nicht genug Damage um. Shit! 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 Don't go! Don't go! Let's go! God dang it! Ich hab grad mal ne Ulti an dem verschwindet. Okay. Ach Ricky, sein Haustier ist bei ihm geblieben. Okay. Was hast du gesehen? Just Faceboots. Komm schon mal. Jetzt hält mich mein Leben auf. Why you don't have a ward down here? Ja. Hm. Yes. On the front. Ah. Shit. How is it possible that three are here and you don't see them? Man. Jetzt sind... Shit, man. Was soll denn der Mist? Was soll denn der Mist? Was soll das mal? Ja. Ja. Mann, ich hab nichts dagegen mit so vertahend. x why are you in the jungle can you please go on the lane ich wüsste dass storm nicht hier ist oh storm ist aufbord ok komm schon man um you know i don't know maybe you should fuck them up let's go by starlight ah ich könnte ein bisschen hilfe gebrauchen wo habe ich denn eigentlich gesteckt hoppla welches ziel mein freund kann mir ja wurscht sein ja Let's go! We can kill the tower. vielleicht sollte ich nicht da sein so auf einen habe ich weaver komm schon mal oh shit Ah, ich arbeite doch schon dran. Ja. Oh, da ist ein Stack. Ah, shit. Ich sage noch, wait. Jetzt geht er auf da. Why didn't you wait for me, Yorki? Was war das? Und den war das, hä? Oh, okay, Doom. Könnte ich irgendwas zum Farmen haben? Ich kriege noch einen Anfall. Okay. Ich bin so viel hinterher. Why didn't you wait for me? Oh. Ich habe immer noch meine Maske. Okay. Das hätte nicht sein müssen. Okay. Was ist eigentlich meine Aufgabe? Füßig erschauen? Ah, Mask of Madness. Okay, meine Mask of Madness Aufgabe. Okay, okay, okay. Ähm. Mir wurscht. Ich will jetzt erstmal farmen. Natürlich nicht so gut, wenn man sich gerade selbst gesilenced hat. Ah, komm schon. Ich will farmen. Ich will farmen. Ich will farmen. Ich will farmen. Ups. Hm. Nicht die beste Reaktion, aber erstmal gesund abzuhauen. Wenn Doom auftaucht. Let's go. Ah. Ah. Killing the Spree. Quick, Lina. Ha, ha. Who dares? Ja, komm. Doom hat mich da ganz schön überrascht. Komm schon mal an. Wenn ich einen Wanta-Style hätte. Hm. Manta-Style. Stalking. Das ist nicht gut. Yes. Farer than night. Ja, ja. Das ist auch mein Problem. Ja, nicht unbedingt. Das ist mein Problem, aber... klar können wir das beenden. Das interessiert mich eigentlich eher weniger. Ja. Ähm. Nein, du dahin. Du die angreifen. Ach, mach das zusammen. Okay. 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 Komm schon, Mann. Können wir jetzt bitte pushen? Wer soll für pushen? Und da war ein Flieger in meinem Arm. Total uncool ist. Da ist Storm, aber den müssen sie kriegen. Na, komm. Könntest du mal bitte... Ah, shit. For fuck's sake. For fuck's sake. We got this, don't panic. For fuck's sake. For fuck's sake. For fuck's sake. Just stay cool and push in the lanes. That's all we need. Ich glaube, ich halte mit zwei Paar Boots erstmal rum, bis ich was anderes hab. Ah, komm. Ah. Ah. Run them down. The night settles in. Let's go. On the hunt. Okay. Hands up. Yes. Okay. Wollen wir mal zusehen, dass wir hier ein bisschen reinpushen. Ah. Wir sind zu dritt in der Mitte. Hm. Hm. Okay. Can you please stay together? What do you see? Hm. 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 Okay. 515. 235. Hätte ich einfach mehr machen können. Schade. Hm. So. Einfach keine Lunack. Stilfreischaltung. Das ist das zweite was ich reingehe. Das ist ein Witz. Keine Ahnung habe ich genug Damage mit Mask of Madness verursacht habe. Ich glaube eher mal nicht. Aber hey. Ich denke mal da. Ja. Genau. Da zählen die Direkthits. Style unlocked. In grün. Ach. Ja. Ach. Wie schön. Das funktioniert hat. Vor allem haben wir gar nicht so lange gespielt. 30 Minuten. Hubs. Nebenbei mal die Barracks erledigt und so weiter. Was ist das am Spiritsicht doch hochleveln wie er will. Bring dem eh nix. Vorne tippiet. Vor allem ich hab ja ungestört. habe ich ja tief vor... tier vor zerlegt. Und dann. zurück gegangen auf Tower. Baracks. barracks naja fast jetzt ein bisschen drüber den eyes wieder drüber mit 21 junge junge es ist aber locker gewonnen locker gewonnen das fenster aufmachen und dann war da ein race king so wie es gesehen auf mipo im herz steht die frage wollte oder medusa gucken auch offener raking wird auf jeden fall erst mal ein stück weiterbringen mipo ist so einer den ich glaube den lasse ich aus ich glaube den lasse ich aus aber es ist interessant dass ich jetzt schon wieder die freischaltung bekommen habe für lied und ich erst den zweiten punkt in den naja gut denn den vierten punkt und die zwei habe ich auch schon bei den schon gefunden obwohl es wäre nicht gerade auf dem direkten weg dahin dass das muss man schon sagen das ist nicht gerade der direkte weg aber was soll's naja was soll's was soll's alles klar raking ist angesagt ja Evet ja Vielen Dank.